Willkommen zu einem neuen Video. Ich werde euch heute eine schöne Real-Life-Story erzählen. Aber ganz kurz vorher wollte ich noch sagen, folgt mir doch super gerne mal auf Twitch, da werden in der Zukunft wahrscheinlich allerlei Livestreams kommen. Games ist wahrscheinlich auch nicht groß eingeschränkt. Ich streame das, worauf ich gerade Bock habe. Und ich habe halt heute, also wenn ich das aufnehme, ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag das hochkommen wird, ist mein neuer Prozessor angekommen. Ich werde den wahrscheinlich Montag einbauen lassen. Also ich kenne da jemanden, aber ich kann das selber, ich bin dafür zu inkompetent. Und dann habe ich halt einen Prozessor, der nicht mehr so wie ein Toaster ist und dann sollte der Hass laufen. Und ja, das heißt, ihr könnt mir super gerne, wie gesagt, auf Twitch folgen, twitch.tv slash Game of for Life. Support ist kein Wort. Aber gut, fangen wir jetzt mal mit der Real-Life-Story an. Was man als Hintergrund-Story wissen muss, ist, bei mir, ich, viele meiner Verwandten wohnen bei mir in der Straße tatsächlich. Ähm, und wir haben halt auch noch Freunde in der Straße, die unsere Verwandten auch kennen und so weiter, ne. Und, ähm, mein Cousin, der jetzt zehn Jahre alt ist, also der ist ein wenigstens jünger als ich, der hat so Klingelschreien gemacht. Also klingeln, weglaufen und sich toll fühlen. Der hat das auch bei einem unserer Freunde in der Nachbarschaft gemacht, der, den wir kennen aus der Nachbarschaft. Der hat erzählt, dass bei ihm niemand geklingelt hat, aber niemand an der Tür stand. Das ist soweit einigermaßen logisch beim Klingelstreich. Aber, was er dann im Nachhinein gesehen hat, ähm, es gibt halt so WLAN-Router, die sich Fritz boxen, die sind einigermaßen gängig. Diese WLAN-Router tracken ziemlich viele Daten und auch, wann sich welches Gerät wie einloggt. Und er hat dann gesehen, dass das Handy von meinem Cousin zu genau der Zeit, genau zu der Zeit ganz kurz eingeloggt war und sofort wieder raus war. Das ist halt fucking Bastet, ne. Das finde ich halt, das finde ich selber halt aber gerade echt richtig lustig. Ne, das finde ich einfach mega lustig, wenn man so gebastet wird. Ähm, was auch geil war, war mein, ähm, Cousin, also ich hab zwei Cousins, die bei mir in der Klasse wohnen. Und, ähm, der eine, also der andere, der das nicht mit dem Handy war, sondern der andere ist sechs. Also, ich weiß nicht, keine Garantie für die Sachen, ne. Und, der hat bei uns, also mein Vater und ich, wir waren irgendwo mit dem Auto unterwegs, sind dann zurückgekommen, was man halt manchmal so macht, als Mensch, der gerade irgendwo unterwegs war. Das war ja sehr komisch, aber haben wir uns gedacht, wir können das mal machen. Und dann, stand da mein Cousin mit einem Freund, weil sie, ihr seid zu spät, ihr habt's gerade verpasst. Und ich so, was? Ja, wir haben gerade den Klingelstreich gemacht. Da ich mir auch so, ja komm, das sagt man dann auch, oder? Und danach haben sie's dann nochmal gemacht. Ich glaub, auch nur so, ja, ne, ne, wer kennt's nicht? Aber, hey, ich mein, wer Klingelstreicher nicht gemacht hat, der hatte wahrscheinlich nicht, irgendwie keine richtige Kindheit. Oder Nachbarn, die dann direkt mit einer Shotgun rauslaufen, aber das gibt's, glaub ich, nur in Amerika. Schreibt mir mal, was ihr von mir gerne sehen wollt, weil ich hab oft so das Problem, dass ich, ähm, so denke, ja, soll ich jetzt ein Video machen? Ja, okay, was mach ich denn jetzt? Und da einigermaßen Ideen los bin. Wenn ihr mir schon einfach schreibt, jo, mach das und das, dann weiß ich, was ich machen soll. Nein, doch! Und dann ist es viel einfacher. Das hätte jetzt, glaub ich, keiner gedacht, aber das ist tatsächlich so. Ich bin so ziemlich für jedes Game und so offen, dass ich irgendwie mal ein Game anteste. By the way, ja, wir sacken gerade übelst hier in der Runde rein, aber von mir... Okay, das sagt nichts. Ähm. Naja, ich hab immerhin noch ein 2K gemacht noch. Wow! Naja, ähm. Ja, also ich bin eigentlich so, für so ziemlich alles offen. Dann, wie gesagt, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram. Da werdet ihr nämlich immer informiert, wenn ich streame oder wenn ich ein Video hochgeladen habe. Support ist kein Wort. Abonniert diesen Kanal, wenn es euch gefallen hat, würde mich persönlich übelst freuen. Lasst einen Like da, vor allen Dingen lasst einen netten Kommi da, das freut mich immer am meisten. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin. Mord ist kein Mord.